Jo, was für ein beschissener Start, sagt der Wazern und willkommen zurück bei Serious Samson Seconder Counter, hier in irgendeinem komischen Maskentempel. Wir sind auf der Suche nach der Maske, mit dabei wieder der Flyer und der Wazern und es geht los. Sniper-Munition. Also, das habe ich nicht gesagt und du hast es nicht auf Video. Also, Moment. Hier ist ein Raum, da ist was in der Mitte. Und es ist nicht die Brigitte. Hilfe, Pfeile, Hilfe, Hilfe. Aber auch nicht die Titte. Du nimmst die verheißungsvoll fröhliche Maske. Steht hier. Ey, ganz ehrlich, ne? Ich habe mich gerade von dem Typ fünf Sekunden lang ansehen lassen, weil ich dachte, der Patrick wäre das. Und steht neben mir. Wie bist du denn da hochgekommen? Das freut mich auch gerade. Achso. Ich komme eigentlich weiter hoch. Nee, geht nicht weiter hoch. Naja, halt nicht. Ja, also, ich habe auf jeden Fall eine Maske und jetzt gehe ich hier weiter durch. Ja, geil. So, aber hier links war noch eine... Genau, da. Ja, hier ist noch was. Ey, könnt ihr mal sagen, wenn ihr wieder zurückgeht? Wir gehen zurück, übrigens. Ein Herz. Alter. Hilfe. Scheiße. Weißt du, was gar nicht war, Patrick? Der Büffel hat mich auf dich draufgezogen. Oh, scheiße, ey. Leute, hier stand noch einer, ne? Wir sind ganz woanders. Weil wir reden wie... Äh, 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 äh. Ne? Ich lernte schon wieder irgendeine Sprache. Jetzt ist alles klar. Islandisch. Achso, ich dachte schon. Da bist du, oh Gott sei Dank. Da hinten ist noch was, da hinten ist noch was. Oh. Ach, ganz einfach. Ja, da waren wir schon. Da waren wir schon bis der Spiele gekommen, ne? Ja, und da haben wir das ganze Spiel schon durchgaben, ey. So, jetzt können wir aber... Ich hab, ich hab voll die Lecks gerade gehabt, aber sowas von. Wir sind wieder Gegner im Hauptverfuhr. Äh, nicht zu wenig. Alter. So, erledigt. Boah, Alter. Boah, leckt das hier? Was ist denn los, ey? Ich schwere es doch nicht, doch. Warum ist das denn am Lecken? Boah, das ist volltreffergeiler Scheiß. Ja, ich weiß. Huch. So, hat jemand die Maske eingesetzt? Nein, auch nicht. Wir sind hier gerade am Ballern. Also, ich hab die Maske... Die schießt mir auf mich. Ich hab die Maske noch nicht eingesetzt, ich bin doch schön genug. So. Da hinten ist noch ein Skorpion. Naja, ein Skorpion. So. Da hab ich noch platt gemacht. Wer ist das denn? Oh, der ist tot. Ich setze die zweite Maske ein und da kommt... ...die nächste Monsterwelle. Oder so. Beide Masken auf Alter gelegt. Altar. Achso, scheiße. Ja, stimmt ja. So, jetzt können wir aber, glaube ich, hier mit diesem Schlangentor rein. Ey, bei mir ist grad voll am ruckeln. Beide Masken auf Alter gelegt. Ich hör das mal an Skorpion. Oh, scheiße. Arschloch. Hilfe! Kommt ihr nicht hier? Oh, tot. Wo kam die her? Die Penner. Von oben. Warte, 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 warte. Musst denn der Eraisen? So, jetzt können wir da durchgehen. Schön, dass ihr mal auf oben wartet. Alter, ich will nicht hier durchgehen. Die Tür ist zu. Ja. Ich schmeiß ein paar Granädchen in die Fresse von YouTube. Granädchen? Granädchen. Hier, ich wollte mal kurz was zeigen, ne? Kommt, hier, guckt mal. Die Statuen hier. Die kann man kaputt machen, oder? Ja. Ja. Vielleicht ist ein Geheimgang runter oder so. Das sind ja, das sind ja Pumas, ne? Hier kommen wir, hier werden die Schuhe gemacht. Ich kotze gleich. Jetzt den kochen, den Kopf. Gekochter Kopf, hallo? Hab mal eine Statuen kaputt gemacht, hat nichts gebracht. Super, ne? Super. Uah! Kettensingen, Mann! Uah! Das ist ja nur einer, ey. Was sieht der da aus, ey? Ja, mach keinen Fass auf hier, ey. Ja, hör mal. Alter. Ach, ihr seid, ihr seid gar keine Figuren. Ach du Scheiße. Oh, doch, Kettensingen, Mann. Danke. Ich hab dir mal geholfen. Lalalala. Lalalala. Ich hab keine Ahnung, wo ihr seid. Ich geh einfach mal. Ach du Scheiße. Wo bist du denn? Och Mann, schon tot? Ja. Oh, da sind wieder die Laufschuhe. Deine Laufschuhe? Ja, die... Ah, geil, die Laufschuhe. Die Laufschuhe, sag das doch. Jui! So, jetzt geht's ab. Ich wollte natürlich vorher mal... die Knatterwaffe nehmen. Die Knatterwaffe. Ja, die Knatterwaffe. Ist der Laser-Dino, das heißt, du kriegst vielleicht auch gleich Lasergun wieder. Die sind doch Aliens, geil. Yeah. Wuhu. Haha. So macht das Spieler, bring mal Bock. Juhu. Noch, hier ist die Railgun. Ich hab die Railgun. Ich hab die Railgun. Wo ist die Railgun? Wo bist du denn? Höh? Meine Schuhe sind aus. Fly. Wo bist du? Ja, in der Mitte hier. Ach, klar, komm mal. Ach, das ist die Railgun. Reallygun. Meine Schuhe. Railgun. Da steht Minigun, die Vogel. Das ist aber eine Railgun, das Spiel hat keine Ahnung. In der Mitte ist keine Ahnung. Railgun. Was? Einfach. Beste Fassel-E-Game. Beste Fassel-Ever. F-Wall. Ich spalter euch, ihr Spalter. Ja, mit Spalten kennt er sie aus, ne? Alter. Mit feuchten, dunklen Spalten. Feuchtgebiete. Ja. Wo wir beim Thema wären. Äh, ich suche mal nach Greinissen. Wäre nicht schlecht. Äh, ne? Fisch auch. Alter, schießen wir noch, ey. Hör mal auf, jetzt. Nein, ich komm hier raus. Ich seh, den wir hier rauskommen. Hier, schon wieder, noch ne Welle. Kommt mal ab, da. Ne Dönerwelle? Geh'n immer die Tore auf und da kommen die hier raus. Fünf, fünf? Ja, hier sind noch ein paar, aber mega Menge, mega viele Munition ist hier geil. Ja, Joni ist nicht wahrscheinlich ihren Vorrat. Ja, aber ich hab'n geheimen Hof mit sonderbar aussehenden Köpfen entdeckt. Ich seh's. Also dein Haus. Ja, ja, klar, 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 klar. Ja, wir haben hier ein riesen Lager mit Munition entdeckt, übrigens. Ja. Oh, die Tür hat mich zerdrückt. Fast. Ach, ich lieb' die Tür, ne? Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. So, dann versuch ich jetzt mal... Nein, 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 nein. Ganz blöde, liebe Piranäas, liebe Piranäas, liebe Piranäas. Wo bist du denn du? Da, wo der Pfeil hinzeigt, ist ne Mauer bei mir. Ja, da war's... Oh, hier sind noch mal Schuhe, geil. Jo. Jo, los geht's. Da war's im Portal. So, jetzt kommen wir schneller durchs Spiel. Was ist das denn hier? Ihr blinkt, hier ist ein Warp-Portal. Ja, das mein' ich doch. Yeah, ich bin da. Jo, ich bin auch da. Ich bin super schnell. Auch im Wasser. Und wenn's hier keine Geheimnisse gibt, fress ich nen Besen. Alles klar. Wir werden dich gleich dran erinnern. Hier gibt's die Kanonenkugel-Munition, da muss ja auch die Kanone hier sein, ne? Ja. Alter, kommt jetzt ab. Kommt, wir sind riesig einfach von oben, ey. Wir sind riesig. Aber die geht trotzdem so schnell kaputt. Ja, schön. Ey, sie sind so professionlicher aus. Ich bin super. Alter, was geht'n hier ab? Ich werd' da um den Schutz, ey. Ach, da ist doch ein... Da, eh noch. Jetzt sind die Skorpione so klein. Krass. Brennen, du, fuck. Brennen, du, fuck. Ach, Mirandja. Fuck. Alter, geht das ab hier. Ja, ich merk's. Wo ist denn der kotzte Typ, ey? Hier, ich hab die Kanonenkugel-Dingswaffe. Dingswaffe. Und ich bin... Und ich bin wieder woanders. Ich bin in ein Portal gegangen. Ey, da, wo die Kanonenkugel ist, die Waffe, ist das Portal. Ja, ich hab hier grad zu tun. Und ich hab hier nix zu tun. Doch. Alter, die Kugeln gehen mir gar auf den Sack hier. Wo ist der? Ach, der ist so klein jetzt hier. Der Penner. Cool. Ich brauch jetzt gar nichts machen. Vor allen Dingen steckt er so viel ein. Da sind Viecher drunter unter den Köpfen, ne? Assi, ey. Bloß nicht die Köpfe kaputt machen. Das hab ich schon gemacht vorhin die ganze Zeit. Ja, Leute. Genieß die schöne Landschaft, die man jetzt bei mir sieht. Hier ist nichts los. Geil. Unter jedem Kopf ist so ein Monster. Ja, ja. Boah, die Kanonenkugel macht die Dinger platt, ne? Aber sowas von. So, haben wir jetzt alle Köpfe? Ich glaub schon, ey. Ich fühl mich hier grad ein bisschen einsam. Oh, der kleine Junge fühlt sich einsam. So. Der kleine Razor möchte aus dem Pino-Land aufgolfen. Hier gibt's aber bestimmt was zu entdecken. Hier ist eine... Oh, hier sind riesen Piranhas. Und hier ist eine riesige Terminator 2. Glibber-Masse in der Luft. Eine Silber, ne? Ah, das ist doch geil. Das sieht ja Hammer aus, ey. Harmeer? Harmeer? Ne, jetzt ehrlich. Hier ist so eine riesige Quecksilber-Mutanten-Glibber-Masse, die in der Luft schwebt. Quecksilber ist giftig. Ach so, da hinten, ja. Ich weiß, da war ich auch schon, da bin ich aber extra mal nicht reinigen. Stimmt doch gar nicht, wir saufen das doch jedes Wochenende. Quecksilber? Und es ist doch gar nichts passiert. Ich bin schon zehnmal gestorben. Außer der dritte Arm, der uns gewachsen ist. Ach, ich hol jetzt mal hier die Munition. Ihr macht doch sehr Krach. Ich muss die gerade mal beseitigen hier. Was? Kracht? Ja. So, ich geh jetzt zu dieser Quecksilber-Maske, äh, Masse. Ja, da kommst du zu mir. Kommst du zu dir, ach fuck. So, und nun? Ja, ich bin hier. Ne, hier ist nix, hier ist nix. Kann man durch das Tor mal gehen, oder wie? Alter. Ja, ja, ist klar. Ja, halt sicher doch. So, wie viel Geheimnisse haben wir noch? Ich guck grad mal. Vier von 16. Was? Ja, hier ist ja noch ein Eingang. Alter, es geht jetzt gleich hier ab. Oh, 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 ich glaub es auch. Sobald man den Rucksack nochmal... Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Dann auf mich. Ja. Da hinten kommen schon welche. Muss die Railgun auf welcher Taste? Die ist leer, heу. Ich hab die auf keiner Taste. Die ist leer. Ach, doch, ich hab die doch auf vier... ... Natal, hab ich die. durchgedrückt. So, jetzt kann ich die. Wie die abgeht, die Kanonenkugeln, die so auf der Erde abfeuern. Ja, ich glaub, die braucht man auch jetzt, ne? Frrrrr. Frrrrr. Boah, Alter. Ey, wer wirft da schon wieder so viele Kugeln? Keiner. Ich. Das bin immer ich. Ich auch. Da kommt keiner mehr durch. Das ist eine Flamingbahn hier. Wann keiner verliehen kommt. Von hinten, das sitzt aber jetzt. Und die Bänkens sind ja sofort tot. Alter, Alter. Komm, komm, Fatzrick, mach mal wieder dieses Huh, huh, huh. Was? Ich glaub, der neulich hat sich gerade ein Orgasmus, weil er so ein Styro sieht. Was? Das ist ja klar. Boah, ich mach wieder fake ein bisschen. Also, ich wollte damit sagen, nicht nur einen. Nicht nur einen, ne? Ach, du Scheiße. Boah, diese lustvollen Typen. Bin ich am Anfang wieder? Ich glaub, das fand ich. Ja, weißt du, da kommen auch immer so Leute von der Security, die sagen dann immer Sperr mal ab, ne? Was? Wo ist denn der denn her, ey? Oder man kann auch sagen, Sperr mal den Mund auf, ne? Alter, das ist gut, ey. Wir müssen das Video nachher noch zentieren. Aber echt. Das Einzige, was passieren kann, ist, wir kriegen einen Kanalstrike oder so. Ja, das ist ja absolut nicht schlimm, ne? Ne, da machen wir einfach einen neuen Channel auf und dann geht's wieder. Ja, genau. Boah. Das kannst du mit 30 Abonnenten ja sagen. Ja. Aber nicht mit 400. Nein, nicht dank 4. Ach, die kriegst du auch schnell wieder. Ne. Boah. Das ist harte Arbeit. Das kennst du nicht. Ja, stimmt. Oh scheiße, ich bin schon wieder tot. Ja, sterben ist dein Hobby, ne? Mord ist ihr Hobby. Nein, bei dir. Alter, hört mal auf jetzt hier. Ich hab immer von euch. Ha. Stammst du von denen ab? Hilfe, ich will nicht mehr. Alter, ich hab grad ein Skelett zurückgeschoben, ey. Ah, wie geil. Boah, ich muss die jetzt mal hier mit der Minigun vernichten, ey. Das gibt's ja gar nicht mehr. Ja, ein Minigun ist eigentlich das Geilste. Bei den Skelett, echt wie wieder am Anfang, ne? Das gibt's doch nicht. Ja. Jeez. Alter, wie viel, der kommt da hinten raus, ey. Zeit für die Kanonenkugel. Und so langsam irgendwie. Kommt da nur langsam vor, um weiter Rüge zurückzulenken, ne? So, Kanonenkugel ist eine gute Idee. Ich helfe der Minigun nach. Das Teamwork. Ja. Ach, du Scheiße. Ach, wir müssen mal irgendwie vorwärts kommen, ne? Ja. So, ich glaube, es ist ruhig. Nein! Achso, die Waffen, Mann, dass sie gespawnt sind. So, wir haben die Hälfte der Strecke erlegt. Erledigt. Jetzt kommt die nächste Hälfte. So, jetzt ist Kanonenkugel time. Oh, ja. Bowling. Oh, ich bin tot. Ja, wir sollten vielleicht nicht alle schießen, ne? Boah, wieso? Das ist doch so super aus. Was ist da oben denn da runtergerannt? Alter, da kommt Vetter. Vetter? Hinter der Mauer. Hier. Augenzehnte. Alter, da sind aber mehrere. Alter, die Kanonenkugel zieht voll durch, ey. Ja, ne? Aber ich auch. Und ich bin schon wieder tot. Bacon. Bacon. Alter, hört auf jetzt hier mit einem Bacon. Hilfe. So, ich habe mal neue Position geholt für die Kanonenkugel. Ey, warum sterbe ich denn die neue? Weil du nix kannst. Ja, ich weiß. Genauso wie ich. Gut, dass du einsiehst. So, ich habe noch 20 Kanonenkugeln. Schön. Ich habe noch zwei Kugel auf Reserve, aber die hebe ich nicht her. Hab ich auch immer. Ey, ich komme zurück. So, ich gehe jetzt durch die Tür. Ja. Tschüss. Ciao. Oh, es geht direkt weiter, aber. Keine Verschaustfahrung. Nicht mehr so richtig. Häää. So. Häää. Scheißen Arsch. Was? Scheißen Arsch? Scheißen Arsch. Oh. Hier ist ein Leiper-Muni. Hier ist eine Tür. Äh, ne Gaffee. Mann, ey. Hat Patrick LP mit Bleifolge gepumpt? Ja. Ach man, ich sterbe mir nur noch. Scheiße. Alter, das Wort, der Dreck neben mir, ey. So, ich gehe sterben, ey. Oh, ich habe geheime Energie. Ja, die wollte ich finden, Mann. Nö, die habe ich gefunden. Und ich komme da nicht durch, weil ich zu dick bin. Was ist denn hier wieder für eine Türe? Ach du, kacke. Hilfe. Wer schießt da? Da oben auf dem Dach, ey. Ich glaube, es rackt mal hier. Ob hier der Ausgang ist für diese Folge? Möglicherweise. So, jetzt ist wieder oben. Möglicherweise, wie viele Geheimnisse haben wir denn? Äh, zu wenig. Auf jeden Fall ist hier Muni in dem Raum. Wir uns fehlen noch elf Geheimnisse. Ach du Scheiße, ey. Wo ist Muni? Ja, hier in dem Raum, aber das geht bestimmt weiter. Und dann, äh, ist auch reißig. Ich mache mal eine Pause. Ich muss eine Pause machen, ne? Ich mache mal eine Pause. Hier. Ja. Tu wir ihm noch abstempeln und dann... Alles gut, ne? Alles klar. Tschüss. Bis bald. Tschö. Tschö.